heute erster mai wird im keller gegrillt weil draußen scheint nicht die sonne es regnet stark heute alleine mit meiner familie corona beschränkungen pipapo und ein bisschen lammfleisch l-carnitin fleisch hier vom feinsten dann mal schworren das ich tue zuerst mal das da wieder rein pressen und jetzt brutte das schön die marke ist Guzini hat es nicht bereut dass ich dieses ober- und untergrill gekauft habe perfekt funktioniert perfekt wie ihr seht oben hießt er und unten hießt er oben und unten ich muss aufpassen dass ich mir die griffe nicht verbrennen das sieht ja lecker aus schade dass es keine kamera mit geruch gibt dann wünsche ich euch noch einen schönen ersten mai